wow brett und ignite ja haben wir mitgekriegt oh ich hab nianer und nianer das kann ja mal interessant werden was hast du da der general support dankeschön ja könntest tatsächlich oder hat er jetzt reingetrollt der musste extra noch mal zurück teleportieren das ist schon hart gepokt ich finde den skin von ihm gerade echt nervig wieso findest du ihn denn nervig ja seinen schwertern zu entgehen ist ein bisschen nervig ja genau den mich kriegt der brent auf alter als ob äh äh ich finde es gerade nervig dass ich ähm dass der talon jetzt das first blood gekriegt hat obwohl er von meinem tower executed worden ist bloß weil äh ich da irgendwie kein auto attack also keine ahnung was nicht getroffen habe keine ahnung geht mir halt übelst auf den sack ja ich kenne das gefühl alter was hat der fuck brent für eine scheiß reichweite ey ich bin relativ hoher nochmal 1 Oh man, he might just be an extra Polk. Nein, reicht das für Plating wahrscheinlich? Der hat doch das Recht für Plating. Ah nee, ich sollte jetzt auch einmal zurück. Knapp 1000 Gold. Knapp 1000 Gold. Na gut, dass Miss Fortune nicht so schnell ihre Schuhe braucht. Knapp 1000 Gold. Knapp 1000 Gold. Knapp 1000 Gold. Knapp 1000 Gold. Endlich Level 6 hier. Oh, Räuter braucht Zeit. Aber wir halten, tun es aber ganz gut auf der Lane hier, weil wir halten. Noch. Da ist mal der Tank. Oh, scheiße. Hahaha, kacknob! Oh, scheiße. Ja, okay, das war jetzt erst verschuldet. Melfald kommt runter. Na, ich hätte wie ich es nochmal angreifen sollen, hätte ich nochmal SS gekriegt. Egal. Passiert. Einmal in den Jacks mal auf 0.3 gedrückt. Das ist ganz gut, wenn ihr so früh keine Kills kriegt. Das ist schon, dass Jacks bei euch da ist, ne? Ey, schon wieder? Aber kämmt der hier oder was? Ja. 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 Ich hab' den Klingeln nicht gestellt. Es ist ja sozusagen unser Jungler kann was. Es ist ja so schnell, dass es nicht so schnell geht. Das war's für heute. Okay, Mefa kommt runter, ich halte mich hier mal zurück. Okay. Das wird ihm besser spielen können. Oh, die Turmpanzung ist bald weg, ist ja fast schade. Aber gut, haben beide ungefähr nur einen Plate hingekriegt. Das ist dann auch in Ordnung. Oh nein, Talon kommt schon wieder herunter. Bitte, dass du gepickt hast. Hey, Brand ist im Busch, glaube ich. Ja, Brand ist im Busch. Schön erwähnt, dass ich kein Marder habe. Oh, cool. Ich hab Teile was geklaut. Oh, ganz knapp. Achtung, komm von oben. Ah, hab ich gesehen. Was macht der da um den Walk kaputt? Nice. Ah, und es ist für sehr schön. Der wird sich richtig drüber ärger, weil der grad nämlich schön über die Wand gesprungen. Ah, ich muss ja bloß gehen. Ich muss ja bloß gehen, sagt er. Nice Essence Reaver. Und die Schuhe fertig. So muss das. Schuhe genau in die Ecke. Das brauche ich als nächstes. Infinity Edge. Vander مس skills mit ihm und schwachen die Luft. Da Dominik nicht nur noch gut, weil er viaje zu sein ist. Einmal Kaliner Unfall hat das auch zurück auf Anyoneologique mitzu conviction ist. Aber da sagt er nicht keine auf Chemn spüchi. ondern sieın Abmaterial sortiertなる Abmaterial router auf einen und andere Alt verz Subtit. Aber ihr Lazio wollte dass ihr es幅 in den Quanoderідiger elect Ganze zu können. Oh, jeder att auf dem vorbei afford. Talon? Boah, schon wieder? Der Langsam geht mir in der Drecksack ab. Geht mir aber richtig auf uns Enkel. Mit dem Jungler auch noch. Krieg mein dickes Verpisst euch. Okay. Ah. Ah. Ich bin halt so ultra squishy, ne? Ja, gegen Talon. Ich muss ja sagen... Ich muss halt sagen, Jada macht einen richtig guten Job. Den ganzen... äh, 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 äh... Brand or, zum Beispiel Draven immer ein bisschen auf Abstand zu halten, damit ich in Ruhe farmen kann. Was sollst du jetzt sagen, bevor ich dich ja unterbrochen hab? Ja, ich muss ja... Ich muss ja... Er muss so meine... Äh, Quatsch... Seine Ulti mit meiner unterbrechen. Räumt er schon wieder. Talon? Ah, ne, 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 ne... Ah, ne, ne... Ist es nur Mitte? Noch ist er Mitte. Ja, war er eben nicht. War er eben nicht. Jetzt wird Draven ätzend. Er hat die Blutduster geholt. Achtung. Ja, ich hab ihn gesehen. Ich glaub, hier ist aufrecht die Jada. Ja, scheiße. Niemals die Kuh unterschätzen. Ja, ich hab ihn mit Timo der Draven. Ganz ehrlich, dass es mir den Deathism auch wert Naja, so langsam komme ich auch in den Bereich, wo ich Schaden mache Da dauert auch mal Zeit nach 20 Minuten Das muss halt gehen, ne? Was geht bei euch unten? Ich habe noch einen Teleport zur Verfügung, ne das geht noch Aber wir brauchen den jetzt nicht direkt Oh scheiße Läuft aber schön durch Ich habe noch nicht Ich habe noch nicht Ich habe noch nicht Oh, warte, ich bring die Mini-Wave mit. Oh, die haben wir aufgegeben. Nice! Gut, faktisch haben die nichts auf der Reihe, nicht wirklich was auf der Reihe gekriegt. Yes, und Level Up. Oh, B+, T1, S und eine 10, 3. Oh, das lief doch mal, ne? Jo.